hallo meine Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Plätze gegen Zombies In der letzten Folge sind wir sehr weit gekommen, wir haben so viel gemacht und vielleicht haben wir in dieser Folge die ganze Reihe? Wer weiß, wir machen aber viel weiter mit reihenweise Zombie-Reise Haben wir in der Folge gesehen, wie es gespawnt ist Ich habe schon keine Lust mehr Soll das was für eine Folge? Okay, ich mag die Idee, die Idee ist nice Die Idee ist richtig episch, Alter, das ist doch neust Nur einer? Ah ne, die ganze Reihe wird schon sagen Warum habe ich die jetzt einen? Das war dumm von mir Was, ist das ein Zombie für die ganze Reihe? Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen gerade Oh lol, eigentlich ist das voll lustig und nice Ne? Aber es geht ja richtig ab, ey Ey, ey, ey Das gibt's doch aber nicht mehr Bam, 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 bam Sasch Ich könnte nochmal hinpacken, aber ich krieg nichts Ich krieg nichts mehr Und das war dumm, aber egal Ja, vielleicht war das noch nicht so dumm Da kann ich mal ne neue Samenpakete bekommen Ja, dankeschön Endmal Neues Interessant, interessant Nein Ihr seid doch scheiße Nein, dass ich Ich hasse diese Schaufel Die funktioniert nie richtig Funktioniert nie wie sie soll Oh, Mann Oh, Mann Oh, Mann Äh Oh 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 So Oh Oh, ein Stopp Oh, hier geht aber richtig schnell Das geht richtig schnell Oh, was? Nein, das explodiert Das kann doch nicht dein Land sein Bring die Schweine doch mal um, Mödel Oh, jetzt gibt's auf's den Maul, Mann Piu, piu, piu Oh, wie viele Melonen Oh, das ist so ein Schild Ja, der hat mir auch in die Kampagne geschrieben Dass das seltene ist, dass sie manchmal halt andere Sachen in den Händen haben Das ist selten Ich hatte mal Glück, dass einer Äh, ich glaub das ist meine letzte Folge oder so Oh, das ist nice Oh, nice Oh, das ist nicht nice Oh nein, nicht nice Oh Dass einer so eine Zombie in der Hand hat Und das ist richtig selten, wenn das so was passiert Oh, la Kimi, nö? Oh, die schießt eine ganze Reihe Da würde ich mir bedenken können Hier, jetzt wird's knapp Das wird ziemlich knapp Hier ist richtig viel los Äh, schau mal das Wesen nicht Nicht die Leitern Die machen wir alle kaputter Machen wir alles kaputt noch Kann ich den auch schon mal weg machen? Nein 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 Was soll das denn hier? Kelt sie doch Wow Also Seht ihr das? Was ist das? Was ist das für eine kranke Kacke hier? Was ist das für eine kranke Kacke hier? Was ist der krank? Geh mal eine Chili Schote Das ist auszuspielen Ja Geil Das war's Das war's Ja Das war's Das war's Das war's Das war's Das war's Ja Ja Das war cool Ich raste sonst noch richtig aus Ich hab jetzt Diesen Modus nochmal Wie drei viermal gemacht Ich hab's immer wieder verkackt Ich hatte immer wieder bessere und bessere Strategien Und ich schaff's einfach nicht So jetzt mach ich's mit dem Dachreiniger Oder was auch immer das war Der sollte für immer bleiben Soweit ich weiß Genau Da kommt er Ohne den weiß ich nicht wie ich es sonst schaffen soll So ich mach hier so eine kleine Speedrun-Montage Und sowas Ich will damit sagen Ich spür einfach mal eben ein bisschen vor Und dann sehen wir uns gleich wieder oder so Ich schaff's 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 Häng mir leicht! Häng mir leicht! Oh, okay. Jetzt muss ich auf die Schmerz. Häh, was? Oh! Das geht anscheinend auch. Okay, cool. Okay, cool. Okay. 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 Halt's ob! Halt's ob! Halt's ob! Was macht der denn? Ach komm, wird doch auch mit der Kacke! Dunge! Dunge, das ist doch echt nicht cool. Jetzt muss ich den benutzen. Und wenn da einer durchkommt, dann ist wieder alles weg! Wenn da wirklich wieder einer durchkommt, dann ist der Leiter drauf. Was ist das? Oh man, oh man! Oh man! Oh man! Oh man! Oh man! Oh man! Das war's! das bringt mir jetzt auch nichts mehr die letzten oder warte ich weiß es nicht kann ich schaffen ist es möglich gibt mir was gutes oh mein gott oh mein gott dann sind die dinge ist doch fertig gewesen zu kaufen oder oh mein gott oder dieses ding ich das war die schlechtste hatte aber der dachreiniger hat mich gerettet ich könnte alle meine feste eine ganze folge reinpacken das so lange habe ich jetzt gebraucht für diese seine leben hier oh mein gott wir sind wieder hier ich dachte wir haben gerade den modus durchgemacht aus solchen kaufen der modus danach den habe ich jetzt schon wieder so lange gespielt ja gut ich habe nur zwei drei runden gespielt nicht mehr ich habe gemerkt das ist auch kacke schwer und die wollen dass man die ganzen dinge hier kaufen dann kobe ist halt mann hier dritten fahrt ja man sieht das schon hier verkackt neue spiel bitte hier sieht man es erstmal okay es kommen nur normale zombies irgendwann kommt hier im wasser war es und es kommt hier so ganz viele geschnitten denn da wenn man sich so okay wird wahrscheinlich schwer weil sie ja wenig aus aber leute das ist schwer ich weiß nicht genau was dieser poolreiniger macht aber ich hoffe das war der kauf wert für die 1k was wir brauchen dass die hier bombe war ganz gut die brauchen wir nicht das brauche für die geldpflanze können wir also für die rege blumen haben wir keine zeit das brauche für die notfall ich meine ich habe klar habe ich die bombe aber trotzdem was jetzt passieren wird okay keine ahnung warte was das nur für das hier das für alle aber was macht er denn überhaupt egal ich werde auf jeden fall erklären was passiert auf jeden fall vielleicht merkt man schon also jetzt gleich wird man es merken die aufbauphase dauert viel länger ja was viel länger ist für mich immer noch zu kurz das ist so krass jetzt kommt alles das wird alles so schwer wir haben jetzt gleich vier wellen voll mit ganze zeit schlitten und was weiß ich alles voll gespäden von dem viel von den piechern halt ja ich sollte eigentlich die blumen am besten hier reinpacken weil ich brauch den platz ich brauche den platz ich brauche den einfach ja doch da packen wir einfach so was hin und dann haben wir den schon aus dem weg das wird gleich aber dafür kaputt gehen aber okay ich komme mich so oft vor wie diese anderen roten schlittige viecher da kommt vier zombies auf einmal direkt hier vorgespawnt das ist nein wieso das ist so krank ehrlich wir haben nur diese vier plätze hier überall wir haben dafür viel glück sie kommen noch nicht glück glück das machen wir jetzt viele sonnenblumen wir schon haben aber ich werde die gleich weg machen falls einer kommt also falls da kommt da schon erste Ja Diesen kommen einfach so vier Zombies auf einmal Hier hin gespawnt Da unten auch Gosh Vielleicht, das weiß man jetzt schon Wieso ich das so schwer finde Ich weiß nicht, was ich jetzt zum Schuss nehmen soll Äh, hier sowas Da oben kommt noch einer Seht ihr das? Oh man Was mach ich jetzt? Das fragt man sich so Ich hab schon verkackt Schon verkackt Ja, die kommen nämlich durch Jetzt Oh man Selbst Obwohl ich Platz hatte Obwohl ich Platz hatte Ich hatte Platz Was hat nicht gereicht? Hat aber nicht gereicht Vielleicht zwei von mir Das ist besser Ich weiß es nicht Äh, ja, wenn machen wir das denn? So und dann So vielleicht Ja, na toll, jetzt kommt der doch eh durch Oh man Hau ab Mein Fuss triert hier bei diesem Modus Ich hasse ihn Was? Ich wollte nicht rauslegen Nein 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 Ich wundere Nein Nein So zack Boppelblume Könnt nützlich sein Okay 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 Das passt Das passt Okay Ich werde jetzt wahrscheinlich etwas weniger reden Weil ich Am überlegen bin Oh ich hab keine Ahnung Wie der für die eigentlich folge wird Das ist so viele Aufnahmen Die ich gerade habe Das würde ich alles irgendwie zusammenschneiden Gosh Hau Oh man Oh man Oh man Das ist nicht dein Ernst, oder? Das ist doch nicht dein Ernst Pfff Hau mal da hin Oder kommt einer? Dann zieh wir dir mal weg hier Hau mal ab, du Ah, das passt schon Okay Oder? Oder? Vielleicht passt es doch nicht Nein Nicht du Warum habe ich da eine Erdnuss hingepackt? Wieso bin ich so dumm gewesen und habe da eine Erdnuss hingepackt? Was ist das für Fels mit dir? Ja, ich will da sterben Klar, Mann Oh no Okay Danke schön Okay Jetzt muss leider die Erdnuss verrecken, weil ich so dumm war Und der Was mache ich mit dem? Ja, weg oder euch Oh gosh Nein Hau ab Nein, da unten, da unten mache ich was Egal, ich mache so Ich habe jetzt keine Zeit für die Äh So Geht mal hier bei mir Sonnenenergie Dankeschön Hm Gosh Help Die sind aber schön am Nanschen, oder? Rrrr Guck dir das an Zwei, vier, sechs, sieben, acht, neun, zehn Eigentlich haben wir Das einzige Problem ist jetzt nur, dass die halt ewig lange laden hier, die Dinger Vielleicht können die es schaffen Boah, das ist ja echt lange der Modus hier Keine Ahnung, warum ich die jetzt gekauft habe Jetzt im Mittler Nachhinein sehe ich Das lohnt sich eigentlich gar nicht Aber hey Dann habe ich jetzt mit nichts sagen Ich will alles im Spiel kaufen, was man kaufen kann Bäm Zwei, vier, sechs, acht, zehn, elf Oh ja, Mann Aber hier mache ich gleich weg, soweit hier einer kommt Aber hier bisher ist noch keiner hier Komm Na Schluss Kommt der eine noch Mhhh Ja Na Hi, 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 nice, 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 nice So, aber jetzt Warte Warte Äh Uh Pass 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 Ja, pass Aber machen wir den mal zumindest mal weg Dann können wir hier schon mal drauf konzentrieren Falls hier einer kommen will What? Okay Das ist zu viel Das geht mir zu weit Ja Weg Weg Was ist denn hier los? What? What? Boah Bäm 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 Zack Zack Wow Zwei, vier, sechs, acht Zehn Elf Jetzt aber Ja gut Elfer Trotzdem Oh, man Bäm 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 Die Bäm 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 wird ja auch glaube ich sonst so muss man nicht raus es kommt auch schon wieder das haben wir doch schon mal das ist jetzt raus ich meine minze für den so was nicht kaufen leute das lohnt sich gar nicht habe ich gemerkt aber jetzt schaffe ich es der anfang wird wirklich schwer aber kann das sein dass man so viel verliert wie ich aber danach war uns denke ich mal auch schaffen das ist auch weg mit euch was ist nie los es ist da das sieht gar nicht gut aus es ist gar nicht mehr aus okay so ein dubi nato vielleicht mal gut wahrscheinlich nicht meine takte wahrscheinlich die beste aber hey es klappt ich glaube ich spur war jetzt mal vor weil ich glaube nicht dass irgendwas spannendes passiert zwei wellen was sollen jetzt noch spannendes passieren kommt immer das gleiche nur weil das mehrere leute sind irgendwie langweilig eventuell ich weiß es einfach nicht was ich da ja passiert einfach nichts ja wo die kiel sag ich okay und da unten geht aber richtig war der ab du geht da oh gott hallo ich brauche was zum sonnenenergie nicht sogar ich hab so viel sonnenenergie man da liegt sie nicht mal bombe bombe lebt doch auf die bombe schnell und aller ruhe manöver schnell drei zwei eins gut hier passt alles knapp 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 so schwächeln wir die hinten schon mal ich brauche nur wohnert nur wohnert drei zwei eins ich hab jetzt mal ab hier keine brauche für euch langweilig jetzt kommen die noch mal natürlich nicht egal nicht so schlimm denke ich mal so einer da oben das gleiche so kommt macht gibt mir die letzte welle gibt jetzt dröhnung rein bahn oder dann war es das hier nicht mal ich hab einfach keine chance gegen mich ich hab Geld hinterlassen mein Gott mein Gott mein Gott mein Gott mein Gott oh mein Gott den mach ich weg machen neuen rein pass Spender sein den mach ich weg neuer rein Spender sein was kommt jetzt der gleiche Scheiß nochmal wer hätt's gedacht hey 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 komm mal mit du was mach ich denn jetzt hier willst du was vielleicht lass ich dir einfach da durchkommen ich will mal sehen was das Ding da macht oder weiß es nicht soll ich nicht ja oder das ist nochmal ein wenig ja komm lass mich durch komm komm mal durch hier tüssen kommt einfach mal hier durch hallo doch nicht verarscht kommt ihr das mal jetzt aber durch ich will mal sehen was das Ding jetzt macht ich will nicht mehr Geld ach ja ich kriege weniger Geld ich will sehen was das macht hä? aber da hatten wir eigentlich vorher hier irgendwas egal habt ihr auf jeden Fall gesehen was das Ding macht? und kriegt jetzt weniger Geld aber egal habt ihr es euch zumindest zeigen können Juuu huu Vielen Dank.